E-jo, also, wir waren dabei, diese Tür zu öffnen. Besten mit Rückwärtsgang, man weiß nie, was passiert. Okay. Auf geht's. Na. Ja, Action-Fledermäuse. Hm. Okay. Hier ist die Luft wohl rein. Noch mehr Action-Fledermäuse. Ja. Wenn die Brücke hier schon ist, nutzen wir die auch gleich mal. Niemand beobachtet mich. Oh, hier. Drachen-Spruchwand. Oh, das ist klar. Okay, completed. Sehr schön. Oh, Gott. Ach. Oh, Gott. Geh da runter. Ja, Archerie. Alter, Verwalter. Sollst du seitwärts laufen? Hab ich dir das erlaubt? Nee, hab ich nicht, glaub ich. Du, 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 du. Overlord, Alter. Hätte ich dich mal zuerst tot gemacht, dann hätte ich nämlich... Äh. Äh. Oh, schick. Ja, dann hättest du nämlich für die anderen keine Bevölkerungs- oder Einheitenkapazität mehr gegeben. Für die anderen Traugeres. Das war ein dezenter Verweis auf StarCraft. Ähm, so. La, 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 la. Also, eigentlich... Ich, äh, geb das ja jetzt mal so zu. Ähm. Das ist ja... Zocke ich ja eher so Echtzeitstrategie-Spiele. Nur, ähm, wie ich ja schon mal angedeutet habe, zocke ich so extrem schlecht, dass ich niemandem zumute... Eep. Oh, Geheimtür. Schön. Ähm, zocke ich so schlecht, dass ich niemandem zumuten kann, sich, äh, mich beim, ähm, Echtzeitstrategie-Spiel anzugucken. Und, äh, ja, deswegen spielen wir jetzt hier sowas. Wo wir einfach Kisten aufmachen und leer räumen können. Äh, nee, keine Blümchen klauen. When you obtain a Spellbook, bla 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 bla. Apropos Spellbook, hab ich sowas nicht eventuell schon? Gott, Christian, konzentrier dich. Ja, haben wir. Dann benutzen wir das mal. Jetzt können wir auch sparken. Ach so, wo wir auch grad schon dabei waren, können wir hier auch mal Schnellreisefunktionen nutzen. Wenn es wahrscheinlich, äh, wenig Interessantes hier durch die halbe Landschaft zu laufen. Die sehen irgendwie aus wie, äh, Yakshas in Indien. So. Da ist er, der Händler. Na, der wird sich bestimmt freuen, wenn ich ihm das zurückbringe. Hallo. Oh, it seems smaller than I remember. Denkst du, ich will dich hier betucken, oder was? Hm. Hm, wir sind reich geworden. Wie schön. Wir können das Gold hier wegnehmen, ohne dass es als Clown gilt. Das gilt als Clown. Ähm. Aber das hier ist weiß und heißt Take und nicht Steal. Ja, schön. Hm, ich glaub, wir kaufen dem nochmal Dinger ab. Oh, seine Schätzchen hier. Äh, was verkauft er denn schön? Oh, nein. Oh, nein. So, dann hier. Ja, nehmen wir doch mal hier so, so, so. Angriffszauber finde ich immer ganz toll. Ich weiß auch nicht. Was hat da noch Schönes? Oh ja, hier, damit wir weiter Schlösser knacken können. Wir kaufen einfach alle. Schaden kann das nicht. So, der ist schlechter als meiner, also kommt der weg. Verkaufen wir, verkaufen wir. Ach so, ich bin ja hier, eigentlich bin ich nicht so der Helmfreund, deswegen werden Helme auch verkauft, Schilde sowieso. Die könnte ich anziehen und das habe ich nur wegen des Geldes mitgenommen, genau. Na, dann reicht das erstmal. Ähm, gut. Ziehen wir uns Klamotten an. Nehme ich die hier noch. Wunderbar. R. Ja, so sind wir doch ordentlich bekleidet. Wunderbar. Hm. So, und weil ich jetzt keinen Bock mehr auf Dorf habe, gehen wir einfach mal weiter. Und hocken wir noch eine halbe Ewigkeit rum. Übel, Alter, meine Ausdauer reicht nicht mal bis zur Brücke. So, da oben waren irgendwie Diebe, aber die lassen wir jetzt auch erstmal. Wenn man die Straße hier weitergeht, hoppla, nicht so hektisch, ähm, geht's irgendwie zur nächsten Stadt und irgendwie glaube ich, dass es ein bisschen interessanter ist, wenn man zur nächsten Stadt latscht und sich Kaninchen anguckt, die auf die Straße laufen, weil man hier langläuft. Das sind bestimmt Ritter der Kokosnusskaninchen. Das sollte mich nochmal umdrehen, ich darf mich verfolgen. Was zum Teufel. Ja, geh, geh tot. Das nächste Mal bitte beim ersten Fall, okay? Ich habe davon nicht unendlich viele. Das war bestimmt das Kaninchen, das ist mutiert zum Wolf. Von wegen Wolf im Schafspelz hier, das ist, äh, Wolf im Kaninchenpelz. Unerhört, ey, achso, ich könnte ja auch mal rennen. Rennen geht schneller. Ja, und wie man hier hinten schon so im Hintergrund sieht, hinten im Hintergrund, lol, ähm, warte mal, hier. Ist da eine Stadt und da möchten wir gerne hin. Hm, das sind Leute. Hallo Leute. Sind die hier so unfreundlich, diese Römer? Hallo, geht's noch? Ja, genau. Ähm. Gut, hier ist es wahrscheinlich sinnvoller, wenn man sich mal share-items, ich lasse ihn erstmal einfach frei. Toll, jetzt haben wir den gekillt. Das hatten wir irgendwie eigentlich nicht vor. Hoppla. Ich sollte vielleicht ein bisschen aufpassen und ein bisschen, ja, Mann! Oh, okay, ich muss mich, glaube ich, gar nicht zurückziehen. Schicke Technik. Und er hat einen coolen Bogen. Wunderbar. So was wollten wir doch haben. Nehmen wir. Genau, Essen nehmen wir auch. Alk nehmen wir natürlich auch immer gerne. Und er hat bessere Pfeile. Äh, ja. So, wo sind die anderen? Ich sollte die sowieso mitnehmen, weil ich die auch teuer verkaufen kann. Bessere Pfeile, genau. Außer, wenn ich denen die Rüstung abnehme, kann ich auch an ihrer Nocktheit erkennen, wen ich schon ausgenommen habe. Aber irgendwo liegt hier noch einer rum? Achso, er hier. Ja, soviel zur Rettungsaktion. Ja. Ja. Sehr schön. Gut. Fackel brauchen wir nicht. Nun, erstmal wegstecken. Nicht, dass man sieht, dass ich hier Schabernack getrieben habe. Oh, hallo, Stadtwache. Okay, er hat scheinbar nichts gesehen. Wunderbar. Na gut, aber was soll's. Pelagia Farm. Oh, hier ist ein Wegweiser. Oh ja, genau. Hm, hallo, Pferd. Hallo, Kutcher. Katzen. Ich mag diese Katzen nicht. Also eigentlich finde ich Katzen voll cool, aber nicht in diesem Spiel. No, no, no. Hm, wunderbar. Hm. Hm. So, und bevor der uns anquatscht, mache ich jetzt mal eine Pause. Mal Face. Mal său salah. Mal Ash. Mal Holiday.